In diesem Advent erleben wir in unserer Welt Bedrängnis von vielen Seiten. Nach wie vor bedroht das Coronavirus die Gesundheit und das Leben vieler Menschen. Der Angriffskrieg in der Ukraine hat furchtbare Folgen, besonders für die Menschen in der Ukraine selbst, aber auch für diejenigen, die von dort geflüchtet sind. Für die hungernden Menschen in aller Welt, die kein Getreide mehr bekommen, aber auch für uns hier, die wir unter steigenden Preisen und unzureichendem Heizmaterial zu leiden haben. Viele biblische Texte des Advents bringen die Hoffnungen der glaubenden Menschen zum Ausdruck, dass die Liebe und die Güte Gottes stärker sind als der Hass und die Gewaltbereitschaft der Menschen. In der Christmitte wird uns das prophetische Wort des Jesaja verkündet, jeder Stiefel, der drohnend daherstampft, jeder Mantel, der mit Blut befleckt ist, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Unser Gott ist nicht mit Heerscharen in die Welt eingezogen, sondern als kleines Kind und einfacher Mensch, der Frieden verkündet und vorgelebt hat. Das stärkt in uns die Hoffnung, die im Psalm 37 zum Ausdruck gebracht wird, Zukunft hat der Mensch des Friedens. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen und Trost in diesem Advent. Bischof Ulrich Neimeyer aus Erfurt